Gut, wer hält das? Das mach ich. Wenn du es weiter hinten hältst, hast du es im Gleichgewicht. Und hoch und runter bringt nichts, weil das Ding einfach immer genau horizontal und so. Aber du hast einen riesen Blickwinkel, also keine Sorge. Okay, guck mal, mein Kohl setzt sich auch ein bisschen durch. Wollen wir das nochmal hinkriegen, ey. Wollen wir das wieder 동안ieren? Gut, Tea wants mal, Okay. Anfire Super! Untertitelung des ZDF, 2020